Das ist halt eben im Zeitgeist und es ist notwendig und wir werden es brauchen. Bildung ist das Thema, um das es geht und Microsoft sich einbringt in dieser Frage. Das machen sie in Rheinland-Pfalz schon oder die Firma macht das schon mit uns gemeinsam. Mädchen machen Schule. Von daher denke ich, ist das ein sehr wichtiger Baustein in der weiteren Entwicklung der jungen Menschen. Für mich ist das sehr faszinierend, weil ich bin ja aufgewachsen mit der Schiefertafel.